Erwischt! Erste Pärchenpics von Sarah Lombardi und Robto. Diese Bilder liefern Einblicke in den Beziehungseiltag von Sarah Lombardi, 25. Vor genau einer Woche hat die Sängerin ihre Fans via Sozialmedia mit dieser Nachricht überrascht. Rund anderthalb Jahre nach der schmutzigen Trennung von nochmann Pietro Lombardi, 26, ist Sarah wieder total in Love. Nach einem ersten Schnappschuss, auf dem nur der tätowierte Arm ihres Freundes zu sehen war, gibt es jetzt endlich die ersten Pärchenbilder, Bilder, die Promiflas exklusiv vorliegen, zeigen, hier räumen Sarah und ihr Robto ganz entspannt Einkäufe aus dem Auto. Sie sind eben auch ein ganz normales Paar und als das können sie sich wenige Tage nach der offiziellen Bekanntgabe ihrer Beziehung auch verhalten. Nachdem sich die beiden bereits Anfang des Jahres kennengelernt hatten, wollten sie erst eine Chance haben, sich privat und von ab der Öffentlichkeit kennenzulernen. Jetzt sind sich beide aber sehr sicher, wie Sarah kürzlich der Bild verriet, es ist schön, dass man mir ansieht, wie es mir geht. Ich möchte mit jemandem gemeinsam alt werden. Gerade fühlt sich das alles sehr schön an. Ob die beiden wohl gerade vom Schopen für Alessios Geburtstag am 19. Juni kommen? Schließlich befindet sich im Kofferraum des Autos ein Helium-Ballon. Es wäre aber natürlich auch möglich, dass dieser noch ein Übergleibsel vom 30. Geburtstag von Sarahs Cousine ist, die ihren Ehrentag am gleichen Datum wie Petro gefeiert hat.